Es gab mal einen Witz. Wie macht man aus einem Milliardär einen Millionär? Und die Antwort lautete, Kaufaktien der Deutschen Bank. Warum? Na ja, ganz einfach, die Aktie der Deutschen Bank ist über einen langen Zeitraum massivst eingebrochen. So schlimm sieht es jetzt bei 10xDNA noch nicht aus, allerdings gibt es diesen Fonds ja auch noch nicht so lange. Also ich habe mal Finanzen.net aufgerufen und 10xDNA und da ist mir jetzt aufgefallen, minus 50,3%. Ja und das so etwa in einem Zeitraum von zwei Jahren. Das ist ja ein katastrophales Ergebnis, sowohl für den Fonds als auch für alle Anleger, kann man ganz klar so sagen. Und natürlich auch für Frank Thelen. Frank Thelen hatte mal, als der Fonds gestartet war, so etwa in dem Zeitraum, hat er sich massiv lustig gemacht oder kritisiert, nenn es wie du willst. Also jedenfalls, er hat Dirk Müller ordentlich kritisiert für seine schlechte Fonds-Performance. Das war allerdings gewesen, bevor diese Nummer hier von Frank Thelen abgeliefert wurde. Also ich kann das mal so etwa zeigen. Minus 50,3%, das entspricht grob dem hier. Na, also aus 40 Euro 20 Euro machen. Das ist etwa halbieren. Wobei, so ganz stimmt es nicht, weil wir hatten ja noch einiges an Inflation in letzter Zeit gehabt. Das heißt, der Kaufkraftverlust, der ist eigentlich noch höher. Ein wirklich bitteres Ergebnis. Warum ist es jetzt zu diesem Ergebnis gekommen? Ich habe da schon mal ein Video zu gemacht gehabt. Falls du es schon gesehen hast, dann kennst du jetzt die Antwort. Ansonsten, das Video lautet Amateure am Werk bei 10xDNA. Findest du in der Endcard und auch unten in der Infobox. Und die schlechte Performance, die der Fonds jetzt abliefert, die bringt noch ein anderes Problem mit sich. Es kann nämlich passieren, dass diesem Fonds das ausdroht. Also kann passieren, dass dieser Fonds vom Markt verschwindet. Warum das so ist, auch dazu ein Video in der Endcard bzw. unten in der Infobox. Ja, wenn dich solche Themen interessieren, lass gerne ein Abo da. Mach vielleicht auch die Glocke an, dann bekommst du in Zukunft noch mehr davon.